Hey meine Rabauken, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Among Us mit vielen besonderen Rollen. Lass deine positive Bewertung da, abonniert den Kanal kostenlos und viel Spaß. Neutrale Rolle, wir sind entweder der Joker oder der Rollendieb. Wir sind der Rollendieb. Okay, Rollendieb tatsächlich eine relativ schlechte Rolle, denn als Rollendieb kannst du nicht gewinnen. Das ist das Lustige, aber du kannst natürlich Rollen klauen. Und das mache ich jetzt einfach direkt, wenn ich mal Flo's Rolle... Und der hatte keine. Wir haben seine Crew-Welt-Rolle geklaut. Verdammt, okay, aber wenigstens wissen wir jetzt, dass Flo der Rollendieb ist. Rollendieb ist nämlich relativ schlecht. Du kannst nicht nur nicht gewinnen als Rollendieb. Deswegen würdest du die auch immer sofort loswerden und quasi als Fähigkeit eine andere... Warte, das muss ich ja tatsen, ich bin ja Crew-Mate jetzt plötzlich. Die loswerden. Ne, du kannst auch vom Sheriff getötet werden tatsächlich. Das ist nämlich eine weitere Rolle, die es gibt. Der Sheriff, der ja Imposter und neutrale Rollen töten kann. Und wieso wurde die Tür zu gemacht, wenn hier keine Sau ist? Und da der Roll... Ey, das ist ja mal Mitglied geworden. Und da der Rollendieb eine neutrale Rolle ist, kann der vom Sheriff erfolgreich getötet werden. Genau. Da haben wir schon zwei der heutigen vier Rollen erklärt, die es gibt. Die dritte Rolle ist der Joker. Auch eine neutrale Rolle kann also auch vom Sheriff getötet werden. Sheriff hat eine relativ OP-mäßige Rolle. Der gewinnt, wenn er rausgevotet wird. Ist quasi der Jester, Jester-Joker. Ihr kennt das, die heißen unterschiedlichen Mods einfach anders. Ist aber genau dasselbe. Und die vierte Rolle ist der Hacker. Der Hacker, das zeige ich euch mal gleich. Hier machen wir mal ganz kurz das sauber. Was der Hacker kann, kann ich euch gleich zeigen. Mann, dass ich aber wirklich... Dass ich jetzt gerade bei Flo geklaut habe. Ich hätte halt Imposter klauen können. Ich hätte Jester-Joker klauen können. Ich hätte so viele geile Sachen klauen können. Und ich erwische genau Flo, der keine Rolle hat. Oh ne Kacke, ey. Hier, es gibt doch dieses Gerät hier, ne? Das hat der... Ja gut, ist jetzt gerade deaktiviert. Warte, wir machen mal ganz kurz die Sabotage. Dann kann ich euch das besser zeigen. Hä? Das ist Elinas Haustier. Und es gehört das als Deko zur Map oder ist Elina tot? Hä? Ich mach mal ein Meeting, glaub ich. Ach nee, hä? Wer ist das denn? Ah, ich wusste, dass Elina tot ist. Ihre Katze war auf der Wand. Die Katze hat da in der Wand geschädigt. Ich war mir nicht sicher, ob das Deko der Map ist zwischenzeitlich. Nein, nein, nein. Ich hab auch geguckt, links und rechts und rechts. Aber Ben, warte, 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 warte. Das ist wichtig. Ben, warum hast du nicht reportet? Nee, ich hab ja ihre Leiche nicht gesehen. Ich hab nur die Katze gesehen. Wo, 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 wo. Das kann ich bestätigen. Da war keine Leiche. Kann man das sein? Kann man die sweepen? Keine Ahnung. Der Gambo hat das ja auch gesehen. Ja, ja. Die Leiche hab ich nämlich auch gesucht mit Ben. Oder ist es ein Gambo und Ben? Hä? Hä? Wie könnt ihr denn die Katze sehen, aber die Leiche nicht? Die Haustiere bewegen sich doch mit dem Geist, auch mit Candy. Ach so, okay, jetzt check ich. Keine Ahnung, wo die Leiche lag. Lisa? Die Katze steht in der Wand drin. Und Flo stand an Simons Hess dran. Hä? Nee, hab ich nicht. Ich bin rein zum Rechter. Und so eingeben muss. Da lag die Leiche. Ich glaub, das war orange, gell? Logo, genau. Nee, nee, lag die oben oder wo? Weil ich hab nix gesehen. Oben, ja. Nee, oben hab ich nix gesehen. Das siehst du instant, wenn du reinläufst. Das ist jeder. Irgendwann das NPC-Modus. Nein, hab ich wirklich nicht gesehen. Flo will rausgehört. Sheriff, kannst du bitte Flo wegschießen sofort? Wer ist Sheriff? Ja, ich würd mich auf gar keinen Fall offenbaren, Alter, wenn ich Sheriff wäre. Ich war übrigens Rollendieb, kann ich behaupten. Und ich hab von jemandem etwas geklaut. Ich kann ja eigentlich sagen, von wem. Oder? Ja, ich hab von Flo die Crewmate-Roll übernommen. Das heißt, er war Rollendieb. Und er wird ja, weil als Rollendieb kann man ja nicht gewinnen, man will das sofort loswerden, muss er safe die Rolle wieder geklaut haben. Ich hab's von Vibanda bekommen. Kann er Impostarrollen klauen? Ja, ja, kann man auch, natürlich. Und dann, also mal angenommen, er hätte eine Impostarrollen geklaut und dann Logo geklaut. Ich sag, er hat Joker geklaut und versucht jetzt hier rausgeworden zu werden. Junge, ich mach jedes Among Us Game Joker laut euch. Das stimmt allerdings, ja. Ja, fühle ich. Candy, du warst in den Kameras. Hast du irgendwas gesehen? Äh, wo lag Logo denn? Äh, Reaktor. Weil ich bin noch zu Security rein, hab bei dir reingeschaut und dann bin ich rüber. Also entweder Safe-Report oder Flo. Einer von euch beiden muss es dann ja sein, sonst war da keiner. Wieso ich? Ich war das Ganze in der Kamera. Nee, aber... Oh, warte, 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 warte. Wissen müssen, wo Logo liegt. Warum soll ich das wissen? Nee, man sieht ja nicht alles. Wichtiger Call, wichtiger Call. Ich bin von unten Reaktor hoch. Ich hab Gamma Electrical gesehen. Ich glaub mit Lisa. Dann irgendjemand von euch hat mir die Rolle geklaut, irgend sowas. Dann bin ich hoch. Candy kam entgegen. Ich hab Camps geguckt, hab dann Reaktor gemacht. Ich hab nicht die Ecken gecheckt. Flauschi, überstill diese Runde. Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Flauschi hat kein Wort gesagt, Sass. Naja, Flauschi hat überhaupt nichts gesagt. Das ist der... Oh, das ist Sass. Obus Sass. Es gibt ja auch den Hacker. Der Hacker ist extrem stark eigentlich. Der hat aber... Vielleicht ist er auch schon tot halt natürlich. Aber ich zeig euch jetzt, was der Hacker kann. Das hat ja gerade nicht so geklappt. Pass auf. Der Hacker hat dieses Gerät, was es hier gibt. Das hier hat der aber in Pro. Das heißt, er sieht, welche Farbe die Leute haben. Was natürlich übel entscheidend ist. Plus, er sieht, falls jemand tot ist, wie lange er auch schon tot ist. Also, das ist eigentlich eine überstarke Rolle. Aber es kann natürlich sein, äh, dass einfach die Person hat schon getötet worden. Ja, wenn die jetzt nochmal einen Double kill machen, sieht es mau aus. Aber es gibt halt auch... Ich weiß jetzt auch nicht, Leute. Also, wir können ja jetzt ja auch nicht viel machen. Wir können halt ein bisschen die Aufgaben runterfahren. Ein bisschen Ausschau halten nach Kills. Ich glaube, das ist ganz klug. Flo grundsätzlich mal schon sass. Ich glaube, ich mache erst mal keine Task. Candy hängt wieder an den Kameras. Ja, Candy ist halt so ein Kameracamper, ne? Ich weiß nicht. Hä? Candy ist gewendet! Candy ist gewendet! Ha, 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 ha. Hä, der bin ich mir doof. Es gibt keine Rolle, die wenden kann. Ne. Candy ist gewendet, Candy ist gewendet, Candy ist gewendet. Äh, bin ich nicht. Bist du! Äh, gar nicht, Lüge. Du hast dir nicht mal Mühe gegeben. Du bist ein Lügner! Warte mal, kann der Joker wenden? Hm, nein. Ich komme mir vorhin entgegen von Reaktor. Lebt der Sheriff, Sheriff, lebt der noch? Ja, lebt noch, lebt noch. Schieß auf mich, schieß auf mich. Na los. Das Ding ist, ah, kacke. Man kann nämlich einstellen, ob der Joker wenden kann. Und ich, ne, man kann einstellen, ob er Sabotage machen kann. Scheiße, ich sag, der kann wenden. Safe kann der wenden. Ne, ne. Digga, was seid ihr? Er ist, Risa, du standest doch auch da. Der ist gewendet und ihm muss es, es war jetzt nicht komplett offensichtlich, aber ihm muss es, also entweder. Mein Vote steht schon mal, also ich hab jetzt jemanden gevortet. Ja, ja, du bist jetzt ruhig. Ja, also eigentlich muss ihm klar gewesen sein, dass ich's auf jeden Fall sehen kann, aber es hat so, aber vielleicht will er sich auch Ultima-Alibi als Imposter geben, ne? Ja, ja. Warte mal, wo, äh, Gumbus gestorben, wissen wir wo? Ja, in Mad Bay. In Mad Bay. In Mad Bay. Das klont ich grad reingelaufen. Da war die Tür zu und da sind wir reingelaufen. Ja, das wird ja passen. Candy wendet rein. Ja, genau. Ja, ich sag, Candy hat er sich überschätzt und ist Imposter, sag ich. Ja, ja, ich bin neben Lisa. Wollen wir High-Risk nehmen, falls er jetzt als Joker gewinnt? Hey, du bist nicht neben mir. Haben wir zwei Post. Ne, äh, ignoriert mal Candy, da labert nur Kack jetzt. Wollen wir jetzt hier High-Risk gehen und ihn rausforten? Na, wer könnte halt Joker sein. Oder wir machen's auf, oder wir machen, dass Flo ihn abknallt, aber dann könnten auch beide tot sein. Ja, das kann auch sein. Das ist aber cooler fürs Video, würde ich sagen. Ja, dann machen wir das, was cooler ist fürs Video. Flo, Knall, Candy weg. Aber das ist halt jetzt das Risiko des Sheriffs. So muss ich jetzt, also wenn das schief geht, dann, naja. Ich weiß nicht, ich krieg so ein schlechtes Bauchgefühl über Flauschi und dich, Ben. Ich weiß nicht, warum. Hä, ich hab Candy wenden sehen, aber warum bin ich denn jetzt hier im Schussfeuer? Ja, er sagt, er hat mich wenden sehen, ne? Aber Flauschi rede nicht. Ich mach meine Tasks, ich seh nix. Ja, Flauschi ist überstätigend, was Ben da. Er sagt, Double Kill, du haust Candy weg, Flauschi weg, bumm, bumm, Runde gewonnen. Hat er nicht einen Cooldown? Ja, aber ein bisschen abwarten mal. Ich bin spannend. Ja, Ben, dann musst du jetzt noch deinen Vote abgeben und ja. Ich bin so gespannt jetzt, ne? Hä, ist der? Ich sag, der ist so ein Poster. Das ist so ein typischer Candy-Move, dass er sich so ein Alibi geben will. Flo schießt ihn. Aber ich hoffe, Flo schießt ihn jetzt auch weg. Weil wenn Flo... Ja, Flo, willst du ihm mal hinterherlaufen? Flo! Bruder! Äh. Flo? Hast du ne Schlaftablette genommen, oder was? Nein, es war hier lang, hier lang. Flo! Ja, jetzt versteckt sich Candy. Mann, Flo, das ist der lahmste Sheriff, den ich je gesehen hab. Ja, es ist der sonst wo. Keine Ahnung, wo jetzt Candy rumrennt. Mann, ey. Hätte ich's mal lieber. Selle ich einfach mal gevotet, wirklich? Ich bleib bei Flo, Alter. Der beschützt mich. Ja. Kann das nicht mehr, Flo. Ich lass mich von seinem breiten Arm beschützen. Ja, Flo, indem du hier rumstehst, wirst du ihn nicht finden. Er wird halt irgendwo rumstehen. Also, Mann, ey, wirklich. Ah! Ja! Mann, Flo, wieso bleibst du am Sponsteen? Let's go! Ich war's nicht. Ich war nicht, Sheriff. Es war Lisa. Hä? Hä? Aber du hast doch gesagt, oder wie? Ja, aber Lisa hat mir als Sheriff... Wir haben geswappt und dann hat sich der Coole noch ein Resetor. Lisa! Ja! Wieso schießt du Candy nicht weg? Ja, jetzt kann ich's mal... Mann, ich verlass mich auch immer zu sehr auf die anderen. Ich hätt einfach voten sollen. Nee, ich hab mich auf den Sheriff verlassen. Flo sagt, er ist Sheriff. Er ist es aber gar nicht. Er hat gar nicht gemerkt, dass man sie geklaut hat. Elina ist hier wieder komplett. Elina! Hallo! So. Okay, am Anfang ein bisschen warten auf entspannt. So. Äh, machen wir eine Sabotation. Machen wir mal... Öh, okay. Okay, was gibt's für Rollen? Wir müssen uns auf den Sheriff... Öh? Wir müssen auf jeden Fall auf den Sheriff Acht geben. Na, die anderen sind eigentlich alle schnutzpiep. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. So. Bin in der Task, bin in der Task, bin in der Task. Psch, 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 psch. Okay, wir müssen auf Kameras ein bisschen achten. Haben wir hier irgendjemanden, Leute? Jetzt geht der in die Camps, Digga. Ist das dein Ernst? Oh, wie geht der lang über die Hände? Sieht der mich hier? Kill ihn! Nein, Elina. Ja, das war's, das war's. Kill ihn, kill ihn, kill ihn. Okay, er reportet mich. Ich muss nur ein Logo killen, das war übelst Hass. Okay. Das Logo hat safe einen Verdacht. Der hat, glaube ich, den Band-Schatten gesehen. Ach, was sehen meine müden Augen denn da? Nein! Und nein, Logo ist tot. Wer war das? Nicht Logo und Konto. Wer von euch war das? War es vielleicht Elina? Nein, ich war das nie, das war nicht. Elina hat schon rumgeschrieben, bevor Candy was gesagt hat. Sie ist neben ihr in den Band gegangen. Hä, was? Candy? Ich wollte Candy. Wartet mal, beruhigt euch mal, beruhigt euch doch alle mal. Ja, das wollte ich nur sagen. Hey, es gibt ja auch den Joker, hallo. Also, das ist ja alles noch vorsichtig. Sie ist nicht Joker, sie ist nicht Joker. Sind wir uns safe? Ja, ja, hundertprozentig. Ist sie sicher? Ja, aber der Joker kann doch wenden. Ich lösche meinen YouTube-Kanal, wenn sie Joker ist. Hä, also, hast du gesehen, wie die ihn a kill gemacht hat? Ja, ja, sie hat ihn gekillt. Hä? Echt? Ja, was, hä? Und Flauschie ist davon auch weggelaufen. Flauschie ist die nächste. Hä, nein. Haben wir den Sheriff? Ja, safe. Wo war denn die Leiche überhaupt? Oh! Genau, wo? Ich weiß es wirklich nicht. Elina, sagst du noch irgendwas oder übergibst du jetzt dein Schicksal? Ich sag, es ist Candy. Ich hab ihn auch gevotet. Dazu kann ich jetzt leider nicht mehr sagen. Und ich sag auch jetzt nicht mehr ohne meinen Anwalt. Nee. Ich hab Jura studiert, ein paar Semester. Okay, Ben, was sagst du? Was soll ich jetzt machen? Wie komm ich hier raus? Äh, ich wort dich. Guten Flug, Elina. Oh! Elina ist leider nicht der geborene Impostor, muss man leider sagen. Das ist ja alles jetzt mau. Ich wusste sie worten. Es wäre übelst Hass gewesen, wenn es dir so ein anderes Wort gegeben hätte. Das leben noch Arsch viele, ey. Plus vielleicht sogar ein Sheriff, der mich sogar noch abschießt, wenn es ganz blöd läuft. Okay, aber dass die Logo geknallt hat, war schon gut, ne? Aber ich analysiere mal das hier irgendwie. Also, ich meine, das war schon ein bisschen sass, wenn jemand da dran steht, weil eigentlich interessiert das hier niemanden, aber das geht schon. Aber hier kann man eigentlich ganz kurz seinen Kill vorbereiten, ne? Der geht jetzt Lager wahrscheinlich. Ah, nee, er geht, ja, okay. Zwei Campen in der Klinik. Das ist sass. Jetzt geht einer Cafeteria. Einer geht Antrieb oben. Jetzt ist da sabotiert. Das kann ich auf jeden Fall beheben. 09088, so. Kann halt jetzt Candy ganz leicht killen, ne? Mikrofon activated. Candy lag in Upwim. So viel zu Candy ist das. Was ein Zufall. Was ist das denn? Ein Self-Report, Flausche? Also, ich bin gerade... Nein, der lag direkt am Upload. Ich bin gerade in O2 und wo ich von Upper Engine rüber gelaufen bin zu O2, kam mir Flausche entgegen. Wer hat, ähm... Wo kam der dir entgegen? Wo kam Flausche dir entgegen? Ich nicht. Äh, bei Upper Engine. Weil ich bin dann... Weil ich wollte die... Äh, die Tasks... Ich hab noch Security und Reaktor. Also hast du auf O2 gepfiffen, würdest du damit sagen? Nein, ich bin ja rüber gelaufen. Und da kam Flausche mir entgegen zu Security. Ja, dann haben wir es eigentlich. Ben, wo warst du? Und das ist ja schon etwas länger her, als sie stand da. Ich bin bei Shields. Ich war gerade auf dem Weg, O2 zu Dingen. Also, ich war... Ich bin von dem Tisch direkt losgelaufen zum AdWay. Da hab ich den Scan gemacht. Da war ich mit Candy in dem Raum eingesperrt. Also, da hätte ich ihn schon erledigen können. Und dann bin ich überhaupt den Schacht, den Security sauber gemacht. Das kann ich aber bestätigen, dass die lange zu zweit da drin waren. Ich war nämlich bei Admin am Anfang in diesem komischen, äh... in diesem Teil da drin, wo man sehen kann, wer wo ist. Und da waren zwei Leute lange drin. Und dann bin ich direkt unter den Security, hatten wir den Schacht sauber gemacht. Und dann bin ich los zu O2 und dann war Candy da tot in Admin. Hey, du bist los zu O2. Du bist ja genau die andere Richtung gelaufen. Ich bin grad zu Admin. Oh, hey, das stimmt aber, Flauschi. Weil O2 war schon knapp. Das macht eigentlich gar keinen Sinn, dass du da, Lisa, entgegenkommst. Ich war bei Security und da ist O2 losgegangen. Und dann bin ich losgelaufen. Nee, aber das deckt sich ja nicht mit Lisas Aussage. Ich kam dir entgegen. Von Mad Bay zu Security, da war bei O2 noch nicht am. Hey, warte mal, vielleicht rückt sie mit Absicht auch grad. Da war O2 noch nicht Admin. Leute, ich bin ja da grad losgelaufen zu O2. Da kamst du mir entgegen. Vertraue keinem. Also ich bin's nicht, was soll ich euch sagen? Wenn ihr mich rauswortet, dann ist es vorbei. Also wenn ihr verhören wollt. Hä, warum ist es dann vorbei? Ja, dann ist es vorbei. Weil du gewonnen hast. Nein, ein Imposter, vielleicht ist noch eine neutrale Rolle. Wurde hier irgendjemanden eine Rolle geklaut jetzt? Also jetzt gerade, so vor kurzem? Also mir nicht. Nee, ich glaub, der ist erst gestorben. Okay, dann wurde er gekillt. Naja, also, pfff, ich war gar nicht da, ich war leckstück. Ich mein, ein Imposter ist ja eh safe raus. Außer Candy hat da wirklich einen Übermove gemacht. Aber warum sollte er, weil er selbst offensichtlich nicht? Außer, ach nee. Hm, na gut. Ja, Leute, ich bin's nicht. Viel Spaß, Lisa und Bam. Jetzt hat sie gewonnen. Hey, es können doch gar nicht zwei Imposter sein. Macht gar keinen Sinn, Flauschi. Hat der Mann dazu Angst mit den Rausworten, ne? Also ich muss jetzt nur einen killen, dann hab ich gewonnen. Ich hoffe jetzt nur, dass es halt kein Sheriff ist. Müssen ein bisschen, wir warten so auf... Hä? Der sabotiert. Jetzt aber bitte nicht Quatsch machen, Elina. Mir ist bitte jetzt nicht kacken. Ich warte bis 20 und dann mach ich, äh... Nein, es ist der Cooler, weil sie Leids gemacht hat. Elina, du hast mal die Runde, glaub ich, gejokt. Weil damit, äh... Nein, Elina. Elina. Ihr Butterflyt. Mikrofon activated. Also ich vertraue euch beiden nicht, sag ich, wie es ist. Also, wer redet zuerst für euch? Ich hab nichts... Ich hab nichts zu sagen. Ich hab auch nichts zu sagen. Ach so. Du hast doch gedrückt. Ja, ich hab gedrückt. Warum hat die nicht gedrückt? Also es ist so viel lautflauschi, aber es war halt das, was ich gesehen hab. Aber wartet mal. Ähm, nee, das kann ja nicht sein eigentlich. Es muss noch ein Imposter leben? Ja, ne? Muss. Nee, muss nicht. Weil, ich hab nämlich folgende, folgende Gedankengang, passt mal auf. Wenn man nur noch ein Kill machen muss, was ist dann der ganz typische Move, den man als Imposter macht? Ganz typisch. Man wartet 15 Sekunden, 20 Sekunden, macht dann Reaktor, weil dann kannst du nicht Meeting drücken. In der Zeit ist dein Kill-Cooldown auf Nud und du kannst einen Kill machen, hast gewonnen. Easy, kann gar nichts anbrennen. Das wurde aber nicht gemacht. Was mich zu der Überlegung führt, dass es hier nur noch einen Joker gibt und dass einer von euch beiden der Jokers, dass es gar keinen Imposter mehr gibt. Also ich bin kein Joker. Ja, das ist ja klar, dass du... Einer von euch hat irgendeine Rolle. Ben hat noch nie irgendwas gemacht in der Runde, was mich dazu führen lässt, dass er Joker ist. Elise aber auch nicht, das ist weird. Du aber auch nicht. Außer, was weiß ich, gell? Das stimmt. Das ist wiederum aber eigentlich Sass. Nee, keine Ahnung. Nee, ich hab fleißig meine Tasks gemacht. Ich hab nicht viel erlebt. Nee, es sind schon noch viele Tasks. Da hat wieder einer gepennt, ne, Kenny? Ja, ich wollte es gerade sagen. Also ich hab noch eine bei Reaktor, zwei. Ja, warum hat der Imposter noch nicht gekillt? Also versteht ihr, was ich meine? Ist schon komisch eigentlich. Ja. Man würde es halt nicht so spielen. Außer man ist ein sehr starker Anfänger, Flo. Wenn der Joker da ist. Wenn ich ein Anfänger wäre, wäre ich schon längst raus. Nee. Ja, keine Ahnung. Machen wir Tasks oder ich? Ich hab gegen keiner von euch mehr Sass als den anderen. Wie viele hast du denn noch, Flo? Wie viele Sass hast du denn? Wie viele Tasks? Drei oder drei? Ey. Alter. Nein, sag nicht, es war Ben. Nein, tu mir das nicht an. Nein. Ich hab so Angst, dass Lisa jetzt gewonnen hat. Ich hab so Angst, dass Lisa... Ich hab... Elina hat mir die Runde geschmissen. Die hat die Sabotage nämlich verkackt, Alter. Ja, ich wusste so, heißt das du... Und ich musste mir dann jetzt anders eine scheiß Imposter-Story ausdenken, warum man das nicht so spielt. Ja, Mann. Wir hätten doch nur wissen müssen, wer O2 gefixt hat in Upwind. Dann hätten wir gewusst, wer Kenny umgebracht hat. Mann, Elina, du hast mir fast das Ding geschmissen mit dein Lichtscheiß. Hast du alles gut gemacht. Vergesst auf keinen Fall eine positive Bewertung abzugeben. Ein Like, wenn euch das Video gefallen hat. Abonniert natürlich auch kostenloser Mente. Und checkt www.bangs.shop ab, wenn ihr die neuesten Plüschtiere, Hoodies, Beanies oder Bücher von mir haben möchtet. Würde ich mich sehr, sehr freuen für Merch. Und dann sehen wir uns morgen. Haut rein, euer Benson. Ciao.